Sie sind hier, 17. Dezember 2018, 9.56 Uhr, von Sportinformationsdienst, Sport1, Lesedauer, 2 Minuten in Lyon wird das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04 warten gespannt auf die Gegner. Borussia Dortmund und Bayern München fürchten Vorjahresfinalist FC Liverpool mit Jürgen Klopp, Schalke 04 droht ein Gigant wie Titelverteidiger Real Madrid oder Manchester City. Die drei Champions League-Achtelfinalisten aus der Fußball-Bundesliga sehen der Auslosung der ersten K.O.-Runde der Königsklasse am Montag ab 12 Uhr im Sport1-Leiftika mit mulmigen Gefühlen entgegen. Ein Wiedersehen mit Ex-Coach Klopp muss es nicht sein, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, auch wenn wir dran wären. Schließlich hat die Borussia nach dem bitteren Viertelfinal aus in der Europa League 2016 1 zu 1, 3 zu 4, noch eine Rechnung mit den Reds offen. Liverpool aber, betonte der einzige Klopp-Zückling Mario Götze, wäre tough. FC Bayern gegen Atletico am wahrscheinlichsten Klopp geht die Sache betont gelassen an. Mir ist wurscht, wen wir ziehen, sagte er. Ein Duell mit seiner alten Liebe BVB ist für Liverpool mit 17,6% übrigens am wahrscheinlichsten. Das hat der spanische Statistik-Blogger Fran Martinez errechnet. Die Bayern bekommen es demnach am ehesten mit Atletico Madrid zu tun, 17,9%, Schalke mit Pep Guardiola's Main City, 27,8%. Präsident Uli Hoeneß wertete den Gruppensieg seiner Mannschaft als Vorteil, da man im Achtelfinale nach der Winterpause zuerst auswärts spielt und dann in der Allianz Arena vielleicht etwas richten kann. Zur Auslosung sagte Hoeneß der Abendzeitung, ich habe keinen Wunsch, ich will nur, dass wir so weit wie möglich kommen. Die Hinspiele finden am 12., 13. sowie am 19., 20. Februar statt, die entscheidenden Rückspiele werden am 5., 6. und 12., 13. März ausgetragen, Wiederholungen von Gruppenduellen sind in der ersten K.O.-Runde ebenso ausgeschlossen, wie nationale Begegnungen. Auslosung Achtelfinale Champions League Top 1 Gruppensieger FC Barcelona FC Bayern München Borussia Dortmund Juventus Turin Manchester City Paris Saint-Germain FC Porto Real Madrid Titelverteidiger Top 2 Gruppenzweite Ajax Amsterdam Atletico Madrid FC Liverpool Olympique Lyon Manchester United Ashram Schalke 04 Tottenham Hotspur Sportinformationsdienst Sport 1 Ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Sticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr ZDF-Streams, Live-Streams, 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 Live-St